Nicht einmal drei Jahre hat es gedauert, bis aus Rette die Bienen frisst Insekten wurde. Während die Kinder, ja, während die Kinder also vor dem Fernseher geparkt Bienen Maya schauen, bereitet die Mutter das Essen mit Flips Verwandtschaft vor. Die Kinder, die das mitbekommen, erleiden einen Dachschaden fürs Leben und das sind dann die Grünen für morgen. Vielen Dank.